Leuko ist Heil von etwas Größerem. Wir bringen die Elbphilharmonie zum Klingen. Leuko ist Heil von einem Gesamtkunstwerk und ist stolz, innovativ mit dazu beizutragen. Die Hasenkopf Industriemanufaktor ist für Leuko einer der spannendsten Kunden im deutschen Markt und eine führende Adresse im Objektbau. Von der Badewanne bis hin zum Akustiksystem für große Konzerthallen wie die Elbphilharmonie deckt Hasenkopf die ganze Bandbreite ab. Für Leuko als Partner immer wieder eine spannende Herausforderung. Es gelingt uns immer wieder neue Themen in unseren Branchen erfolgreich durchzusetzen. Damit setzen wir Standards für die gesamte Branche. Es geht nicht darum das tollste und komplizierteste Werkzeugsystem zu erfinden, sondern darum die beste Lösung für die konkrete Kundenanforderung zu liefern. Leuko macht alles wo Holz, wo Kunststoff, wo Aluminium und daneben auch die sogenannten neuen Materialien zu sparen werden. In der Anwendung decken wir dann wiederum alles ab. Vom Bohren über das Fräsen, das Formatieren, das Sägen. Wenn man das in Branchen betrachtet ist, von der Möbelindustrie über das Sägewerk Massivholz bis hin zu den mineralbasierten Platten alles vorhanden. Und unser Kundenspektrum reicht vom klassischen Zweimann-Schreinerbetrieb bis hin zum großen internationalen Konzern. Leuko hat auch die Expertise, diese Kunden entsprechend zu bedienen. Rubner ist für Leuko einer der führenden Adressen im nachhaltigen Holzbau und der Massivholzbearbeitung und erwartet von uns als Werkzeugpartner professionelle Unterstützung in diesen Ländern. Rubner heißt für uns im Produktmanagement standardisierte Technologie für ein individuelles Produkt. Über stetige Investitionen in neueste Produktions- und Messtechnologien werden diese hohen Qualitätsstandards realisiert und am Ende des Produktionsprozesses geprüft. Bei der Entwicklung von unseren Spezialwerkzeugen kommt es eigentlich am meisten darauf an, alle Rahmenbedingungen zu kennen und mit diesem Know-how die Zerspannungswerkzeuge zu entwickeln und auszulegen. Also das zu bearbeitende Material bestimmt maßgebend, wie wir das Werkzeug gestalten. Wenn wir unsere Schneiden richtig auslegen, richtig definieren, benötigt das Werkzeug wenig Kraftaufnahme an der Spindel, damit wenig elektrische Energie. Das heißt, am Ende stimmen wir das Werkzeug so ab, dass wir möglichst ressourceeffizient arbeiten. Ein globaler Key-Account-Kunde wie Unilin ist immer wieder eine Herausforderung. Was die Standorte und Produkte aber eint, ist das absolute Streben nach wirtschaftlicher Effizienz und Professionalität im eigenen Produkt wie auch in der Erwartung vom Systemlieferanten Leukon. Wenn ein Produkt bei Unilin auf verschiedenen Anlagen weltweit erfolgreich besteht, dann hat es die Reifeprüfung bestanden und dann ist es auch in Bezug auf Wirtschaftlichkeit beim Kunden auf jeden Fall eine Top-Lösung. Wir arbeiten international und wir bieten eben dadurch auch internationale Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter. Wer sich einbringen will, wird schnell feststellen, dass ihm hier alle Türen und alle Möglichkeiten offen stehen. Die Kunden haben den Anspruch, noch flexibler und schneller zu agieren und zu produzieren. Dies alles unter dem Gesichtspunkt der messbaren Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Für uns bedeutet das, wir müssen stetig Innovationen mit Fokus Preis-Leistung, Ressourcenschonung und schnelle Verfügbarkeit vorantreiben. Leuko ist ein Unternehmen in Familienhand. Zu unserer DNA zählt die Kundennähe. Wir sind ganz nah dran am Markt. Mit den Ohren, mit den Herzen und mit dem Verstand. Diese Nähe ist die Basis für zielführende und erfolgreiche Innovationen. Denn Traditionen entstehen durch Menschen. Erstens. Jetzt sind die individuelle Aufmerksamkeit. Wir sind ein Unternehmen in Familienhandel.